Die Pizza ist fertig. Ich kann die Pizza gleich ausfahren. Der Bär hat so viel gearbeitet. Lass uns einen Cheeseburger für ihn machen. Als erstes machen wir das Hamburger Brötchen. Jetzt machen wir die Frikadelle aus brauner Knete. Kannst du bitte die Frikadelle grillen? Ah prima, die Pizza ist da. Guten Appetit, Barbie. Tomate, Käse und Salat. Wenn das Fleisch gegrillt ist, können wir jetzt den Cheeseburger machen. Ich habe die Pizza ausgeliefert. Oh, habe ich einen Hunger. Oh, ein Cheeseburger für mich. Hm, Orangensaft. Lecker.